Freunde und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video bei GottsnGamer und wir machen weiter mit den Aufgabenaufträgen von New Pokémon Snap. Letztes Mal hatten wir das leere Zimmer. Ich würde sagen, ein Liebhaber oder dunkler Orte war auch noch ein bisschen tricky. Das machen wir als nächstes. Ja, hier ist der Spoiler. Es handelt sich bei den Pokémon unter der Terrasse um ein Radfratz und der weitere Spoiler ist, dass man schon das Pokémon sieht, was man braucht dafür. Deswegen diesen Hintergrund braucht ihr und wir gehen direkt auf Fotos schießen. Das sollte relativ schnell erledigt sein. Tatsächlich ist es nämlich gleich ganz am Anfang, was ihr machen müsst. Das wollte ich nicht. Ihr braucht nämlich hier Äpfel und dann lockt ihr Mautzi. Erstmal dahin zu dem Pokémon. So, hier müsste es schon klappen, genau. Es rennt hin. Jetzt müsst ihr eigentlich nur abwarten, bis es rauskommt. Und da. So, ihr könnt jetzt entweder das Bild hier nehmen. Ich glaube, das müsste reichen. Ansonsten macht ihr hier noch Bilder, wie es hinterher rennt. Ich glaube, es reicht, wenn ihr es beim rausgehen fotografiert. Aber da bin ich mir eben nicht zu 100 Prozent sicher. Bei mir hat es geklappt, als ich eben die beiden zusammen fotografiert habe. Jetzt müssen wir noch zum Ende. Und dann sind wir auch schon fertig. Das war der ganze Auftrag. Wenn ihr weitere Aufträge wissen wollt, die ich noch nicht erklärt habe, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde mir das Ganze dann anschauen. So, wenn ich euch helfen konnte, dann lasst gerne ein Däumchen da und abonnieren nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. So, dann schauen wir uns jetzt mal das Bild noch an. So, ich weiß gerade gar nicht, was es für ein Sternbild ist von Radfraz. Eins tatsächlich nur. Also, ich glaube, es ist eins dieser Bilder klappt auf jeden Fall. Es ist nur ein 1er Bild. Schade, aber die funktionieren. Und besser wird es auf keinen Fall. Ich probiere mal das einfach, ob es besser wird als das alte. Aber so habt ihr den Auftrag auf jeden Fall erfüllt. Und das war auch schon alles. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao.